Herzlichen Dank für die freundliche Einführung, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen kann in dieser vielseitigen, spannenden Veranstaltung. Künstliche Intelligenzforschung gibt es nicht erst seit gestern. Man kann ihre Geschichte zwanglos zurückverfolgen bis in die 40er, 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, natürlich auch bis ins 19. Jahrhundert zu Charles Babbage oder Ada Lovelace. Und wenn man Überlegungen über die Formalisierbarkeit von Denkprozessen einbezieht, auch bis ins Mittelalter, etwa zu Überlegungen des marokkinischen Philosophen Ramon Lull, der ein System erfunden hatte, mit Hilfe von Papierscheiben notwendigerweise zu wahren Aussagen zu kommen, wie man das manchmal aus Kinderspielzeugen kennt. Man hat diese Papierscheiben, die man so aufeinanderlegt und die man dann so gegeneinander verdreht. Wenn man noch weiter zurückgeht, kommt man natürlich zur Zoologistik des Aristoteles. Der aufklärerische Impetus, der mit diesen Ansätzen verbunden war, gerät heute im Zuge der Kritik an künstlichen Intelligenzen und algorithmischen Entscheidungsfindungen oft ein wenig in Vergessenheit. Die Idee dabei war, wenn man zu einem wahren Ergebnis im Nachdenken kommen kann, indem man einfach einen bestimmten vorgegebenen Denkweg abarbeitet, dann kann man Streit verhindern. Wenn man Denkwege dann so formalisieren kann, kann man sie natürlich auch durch eine Maschine erledigen lassen. Also gerade die mittelalterlichen Philosophen waren sehr daran interessiert, etwa Streitigkeiten zwischen den Anhängern unterschiedlicher Religionen durch solche formalisierbaren Systeme lösen zu wollen. Mit der Idee, wenn man erst das richtige System hat, wenn man die Scheiben auf die richtige Weise kombiniert, dann kann man erklären, die Religion ist die richtige, die ist die falsche und man braucht keine Kriege mehr führen. Also im Prinzip ja eine sehr sympathische, aufklärerische Intuition. Die künstliche Intelligenzforschung erlebt im Laufe ihrer Geschichte diverse Krisen, die als sogenannte KI-Winter in die Geschichte eingegangen sind. In den 1970er Jahren war es ein Programm zum automatischen Übersetzen zwischen Englisch und Russisch, das sich die US-Armee im Kalten Krieg gewünscht hatte, das an der Komplexität seiner Aufgabe scheiterte. Damals betrachtete man das Übersetzen als eine Art Verschlüsselungsprogramm oder ein Verschlüsselungsproblem. Man ersetzt ein Wort der Ausgangssprache, ein Wort der Zielsprache und dann kommt dabei schon so etwas wie ein vernünftiger Text raus. Das müsste doch eigentlich klappen. Klappte natürlich nicht und nachdem eine Kommission von staatlicher Seite wie von militärischer Seite zu dem Schluss gekommen waren, dass die vollmundigen Ankündigungen der KI-Forscher übertrieben waren, fuhr die DARPA, die Forschungsabteilung des US-Militärs, die Finanzierung massiv zurück. Also in der Frühzeit der künstlichen Intelligenzforschung hat die DARPA einfach sehr viel künstliche Intelligenzforschung auch ohne große Vorgaben gefördert. Man hat einfach gedacht, das ist ein Zukunftsfeld, man steckt da Geld rein und es wird schon. Ein weiterer Einbruch kam mit übergroßen Erwartungen an eine Vorform genau der Technologie, der wir den aktuellen Sommer der künstlichen Intelligenzforschung verdanken, nämlich den künstlichen neuronalen Netzen. Schon in den 40er Jahren haben zwei Forscher, Warren McCulloch und Walter Pitts, die Idee entwickelt, dass man mit einem formellen Modell von Neuronen eigentlich alle Gedanken, die man klar und deutlich fassen kann, nachbilden können müsste. Die Forscher dachten sich ein sehr stark vereinfachtes Modell von Neuronen. Es besitzt wie sein natürliches Vorbild eine Anzahl von Eingängen und einen Ausgang. Es hat einen bestimmten Schwellenwert und feuert erst, wenn die Summe der Eingänge über diesem Schwellenwert liegt. Dann gibt es ein Signal an die anderen Neuronen weiter, mit denen es verbunden ist. Hat so ein Neuron zum Beispiel zwei Eingabestellen und einen Schwellenwert von zwei wird es erst aktiviert, wenn beide Eingabestellen eine Eins ausgeben. So hat man die logische Funktion und. Man kann damit so ein bisschen rumpuzzeln und die grundlegenden logischen Funktionen damit realisieren. Anfang der 60er Jahre griff dann der Psychologe Frank Rosenblatt auf diese Idee zurück und baute das Perzeptron, von dem wir eben schon gehört haben. Damals war ein künstliches neuronales Netz noch ein echtes Netz. Ein Netzwerk also aus künstlichen formalen Neuronen, das seinen Input aus einer Fotoretina bezog und das in der Lage war, Muster zu erkennen. Die Verbindung zwischen den künstlichen Neuronen, also in diesem Falle hier zu sehen an den Kabeln, war gewichtet wie jetzt auch. Das heißt also, nicht jeder Input leistet den gleichen Beitrag zum Ergebnis wie die anderen. Das Perzeptron startet genau wie seine modernen Abkömmlinge die künstlichen neuronalen Netze mit zufälligen Gewichtungen, also mit zufällig verknüpften Neuronen. Die ersten Ergebnisse sind schlecht und in jeder weiteren Runde versucht man, das zu korrigieren, solange bis man zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. Das Prinzip der Datenverarbeitung in diesen künstlichen neuronalen Netzen unterscheidet sich grundlegend von der klassischen Datenverarbeitung. Rosenblatt erwartete, dass dieser neue Art der Datenverarbeitung an die Stelle der bis dahin üblichen klassischen GoFi-Datenverarbeitung treten würde, die Zukunft der Informationsverarbeitungssysteme, die mit statistischen eher als mit logischen Prinzipien arbeiten, scheint deutlich erkennbar. Das sah damals so aus, aber leider funktionierten die Perzeptronen nicht besonders gut. Sie konnten nur sehr einfache Dinge lernen. Wenn einmal ein Fehler drin war, bekam man den sehr schlecht wieder raus und niemand konnte eigentlich genau erklären, warum diese Systeme bestimmte Muster erkennen konnten und andere Muster nicht. Die Begeisterung der Community für diese neue Art der Datenverarbeitung legte sich rasch und eigentlich wurde nie richtig deutlich, für welche Probleme diese Perzeptronen nun eigentlich besser sein sollten als die gängige Datenverarbeitung. Man hatte einfach nicht das, was man heute hat, die nötige Menge an Daten und die nötige Rechenkraft, um diese großen Datenmengen zu analysieren. Aktuell erlebt die KI-Forschung einen Hochsommer mit nie dagewesenen Höchsttemperaturen, eben basierend darauf, dass diese Herausforderung jetzt gemeistert werden kann. Heute kann man sagen, dass nie zuvor so viele Menschen in der KI gearbeitet haben. Es wurde nie so viel Geld in die Entwicklung künstlicher Intelligenz gesteckt wie jetzt und zwar zum ersten Mal auch von privaten Unternehmen. Zum ersten Mal übersteigen die privaten Investitionen, die Investitionen des Militärs und der Forschungsinstitutionen. KI ist marktfähig geworden. KI-Anwendungen finden wir inzwischen im Handy. Sie begegnen uns im Internet bei der Jobsuche. Die automatische Bilderkennung macht sich im öffentlichen Raum bemerkbar. Die Roboter stehen nicht mehr nur an den Fließbändern hinter Zäunen, sondern sie mähen uns den Rasen und irgendwie warten wir ja auch alle drauf, dass endlich das autonome Auto kommt, von dem dann schon so lange die Rede ist. Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihre neue KI-Strategie verkündet, um nicht ins Hintertreffen zu geraten angesichts der Anstrengungen der USA und Chinas. Wer jetzt nicht mitmacht beim KI-Wettrennen, den bestraft das Leben. Längst werden die Ergebnisse der KI-Forschung auch in den Feuilletons und den einschlägigen Medien diskutiert und das Ergebnis, muss man sagen, ist paradox. Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende haben Menschen davon geträumt, Maschinen zu haben, die ihnen lästige, gefährliche, langweilige Arbeit abnimmt. Jetzt geraten diese Maschinen, rücken diese Maschinen in Reichweite. Aber freuen wir uns darüber? Von der Freude ist nicht viel zu spüren. Bestenfalls halten sich Hoffnungen und Sorgen die vage. Oft scheint es ausgemacht, dass mit der künstlichen Intelligenz eine Art moderne Plage über uns gekommen ist. Etwas, das niemand aufhalten kann, sei es, weil sie an dieser und jener Stelle Effizienz- und Rationalisierungsgewinne versprechen und perfekt in die kapitalistische Logik passen oder weil man einfach mal gucken will, wie weit man kommt. Hoffnung auf noch bessere Assistenzsysteme, Energieeinsparungen in klugen Häusern und klugen Städten, Durchbrüche in der Wissenschaft stehen Szenarien gegenüber, die immer wieder gerne mit dem Porträt des Terminators illustriert werden und immer wieder die Sorge um das Ende der Menschheit oder Ähnliches thematisieren. Hier einige jüngere Aussagen zu dem Thema. Verfolgt man die Berichterstattung, hat man den Eindruck, die Nerven liegen blank. Egal, ob ein Wachroboter in einen Springbrunnen plumpst oder ein paar Chatbots Kauderwelsch produzieren, wie dieses Ergebnis einer Facebook-Studie, bei der zwei Chatbots lernen sollten, miteinander zu verhandeln. Man vergessen hatte, ihnen mitzugeben, dass sie beim gewöhnlichen Englisch zu bleiben hatten und die dann untereinander eine Sprache aushandelten, die für menschliche Betrachter einfach nicht sinnvoll ist. Das Experiment wurde dann abgebrochen, einfach weil dabei bei diesen Versuchssysteme herauskommen sollten, die mit den Menschen interagieren können. Und das können diese nun mal nicht. In der Presse stand dann, man hätte jetzt gerade noch den Stecker ziehen können, bevor diese künstliche Intelligenz also aus dem Ruder gelaufen ist und sich selbstständig gemacht hätte. Die Produkte der künstliche Intelligenzforschung entwickeln gerade ein enormes Verwirrungspotenzial. Und ich meine, das hat zwei Gründe. Da ist zum einen die lange Tradition, in der diese Maschinen vorgedacht worden sind, von den mittelalterlichen Golem-Geschichten bis zur Science-Fiction. Die meisten dieser Geschichten sind Dystopien, nicht alle, aber doch die meisten. Und der Grundtenor ist meist die Sorge, dass sich da das Ergebnis der Bemühungen der Menschen selbstständig macht und dabei dann auch noch die weniger erfreulichen Eigenschaften menschlicher Wesen zeigt, Rücksichtslosigkeit und Machthunger. Wir sehen künstliche Intelligenz unweigerlich durch die Brille all dieser Geschichten, die wir gesehen, gelesen und der Filme, die wir gesehen haben. Dazu kommt ein zweiter Punkt. Das ist das, was die Fachleute den Andropomorphismus nennen. Das ist die Neigung des Menschen überall, wo sich etwas in menschenähnlichem Tempo, menschenähnlichem Rhythmus bewegt, gleich eine ganze menschliche Psychologie zu sehen. Wir sind schnell bereit anzunehmen, dass Eigenschaften, die bei Menschen zusammen vorkommen, auch bei künstlichen Systemen zusammen vorkommen werden. Wenn jemand besser Schach spielen kann als ein Großmeister, ist er sicher ein sehr intelligenter Mensch. Ist für Menschen zweifellos richtig. Es gibt vermutlich keinen Schachgroßmeister, der Äpfel nicht von Bananen unterscheiden kann, wie es dann aber doch für Schachcomputer der Fall ist. Roboter, Bauer und Science-Fiction-Autoren spielen natürlich bewusst mit dieser Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Maschine und spielen mit der Klaviatur des Anthropomorphismus in Filmen wie Ex Machina oder so, wo der Roboter dann nach Möglichkeit sehr ähnlich aussieht wie ein Mensch. Und der Held, der um die Welt zu retten, am Ende dann möglichst ein Roboter, der natürlich die Gestalt einer schönen Frau hat, töten müsste und das nicht über sich bringt, das steigert dann einfach die Spannung und spielt mit dieser Art von Verwirrung, die da provoziert wird. Dazu gibt es noch ein irritierendes Phänomen, das Machine-Bias heißt. So etwas wie ein Vorurteil zugunsten von Maschinen, von Algorithmen. Menschen neigen dazu, Maschinen zu vertrauen und algorithmischen Entscheidungen eine große Autorität beizumessen. Durch diese beiden Brillen, diese drei Brillen können wir nur schwer absetzen und die führen dazu, dass wir künstliche Intelligenzen überschätzen, unterschätzen, ziemlich sicher aber falsch einschätzen. Ich denke, das müssen wir uns nicht vorwerfen, denn die Technologie ist für die allermeisten Menschen einfach neu und wir haben noch nicht viel Erfahrung damit und das ist etwas, was in den nächsten Jahren ansteht, dass wir diese Erfahrungen machen und uns erstmal daran gewöhnen. Fangen wir nochmal vorne an. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was Sie hier sehen, ist der Beginn eines berühmten Forschungsantrages, mit dem der Begriff künstliche Intelligenz in die Welt kam. Ein Versuch soll unternommen werden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die zu lösen, bislang den Menschen vorbehalten sind und sich selbst zu verbessern. Mit diesen Sätzen beantragte der damals erst 28-jährige John McCarthy zusammen mit drei Kollegen bei der Rockefeller Stiftung 1955 die Förderung einer Tagung, die im Sommer des Folgejahres dann auch tatsächlich stattfand und als Startschuss der KI-Forschung gilt. Eigentlich denkt man, es ist eine klare Aufgabe, die die Forscher sich dargestellt haben. Wenn auch mit einem etwas überoptimistischen Zeitplan, Sie dachten, um diese Probleme zu lösen, brauchen Sie sechs Wochen zu zehn Personen. Heute haben wir Maschinen, die Sprache benutzen, sogar solche, die Sprache übersetzen. Es gibt Systeme, die Generalisierung bilden, mustererkennende Systeme. Es gibt zahlreiche Systeme, die Probleme lösen, die zu lösen einmal dem Menschen vorbehalten war. Aber sind die intelligent? Ein Taschenrechner, der eine Aufgabe viel schneller und sicherer löst als der Mensch, würden wir keine Intelligenz zubilligen. Auch ein Schachprogramm halten wir meistens nicht für intelligent, auch wenn es keineswegs einfach nur mit purer Rechenkraft alle Möglichkeiten durchrechnet, denn dafür ist auch Schach viel zu komplex. Viele Kriterien sind diskutiert worden, um festzumachen, ob ein System denn nun das Label intelligentes System verdient. Bekannt ist natürlich der Turing-Test. Sie kennen das, dieses Spiel. Eine Person kommuniziert via Tastatur mit einem Menschen und einem Computer und muss dann in einer gewissen Zeit herausfinden, wer der Computer ist. Und wenn er sich dann vertut und den Computer für einen Menschen hält, dann gilt das System als intelligent. Dummerweise gibt es da ein Paradox. Kaum hat eine Maschine ein solches Kriterium erfüllt, kommt ein Kritiker und erklärt, warum dieses Kriterium nicht ausreichen kann. Man kann das in der Geschichte des Turing-Tests ganz prima verfolgen. Die werden immer weiter verschärft. Dann sagt man, es ist nicht nur dieses eine Spiel, sondern diese Systeme müssten zum Beispiel in ein Haus, es müssten Roboter sein, die in ein Haus gehen können und in diesem Haus die Küche finden, in der Küche die Kaffeemaschine und dann da einen Kaffee zubereiten. Oder sie müssten einen Film angucken und danach Fragen zu diesem Film beantworten können. Also die Kriterien werden immer weiter verschärft, was ein intelligentes System machen müsste, um als intelligent zu gelten. Kaum hat ein System eine Benchmark geknackt, heißt es, es ist nicht mehr intelligent. Das Problem ist natürlich, dass wir auf diese Weise nie künstliche Intelligenz bekommen werden. Wenn sobald eine Maschine es kann, es nicht mehr intelligent ist. Man kann die Frage natürlich auch mal umdrehen und fragen, was wird denn dann eigentlich aus unserer Selbsteinschätzung? Wenn Maschinen immer mehr Dinge können, die dann nicht mehr als intelligent gelten, weil es die Maschinen können, bleibt dann irgendwann für uns noch irgendwas übrig, das man noch mit Fug und Recht als Intelligenzleistung bezeichnen könnte. Für manche Kritiker können Maschinen schon deshalb keine Intelligenz entwickeln, weil alles, was sie tun, im Abarbeiten von bloßen Mechanismen besteht. Bloß sind die Mechanismen schon lange nicht mehr. Und selbst wenn, geht vielleicht der Eindruck, dass das bei Maschinen alles ganz anders ist, darauf zurück, dass wir die menschliche Intelligenz noch gar nicht genau verstanden haben, um sie nachbauen zu können, um noch einmal auf diesen Text zurückzukommen. Da steht mittendrin der unauffällige und oft überlesene Satz, the study is to proceed on the basis of the conjectures that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. Und genau das stimmt nicht. Niemand kann das Funktionieren der menschlichen Intelligenz präzise beschreiben. Und dann kann man natürlich diese Beschreibung auch nicht zur Grundlage einer künstlichen Intelligenz machen. Also auch da war McCarthy sehr optimistisch. Wichtig ist die künstliche Intelligenz. Wenn wir denn mal eine Maschine haben werden, der wir das zugestehen wollen, wird wahrscheinlich keine Intelligenz im menschlichen Sinne sein. Das wird nicht daran liegen, dass sie in Silizium oder durch leere Blechdosen realisiert werden wird. Die künstliche Intelligenz zielt auf eine mittlere Ebene. Die Idee, dass nur Organismen Intelligenz entwickeln, wird manchmal als Kohlenstoffchauvinismus bezeichnet. Es muss etwas Intelligentes dabei herauskommen. Woraus es einmal besteht, ist da erst einmal gleichgültig. Konsens ist, um als Intelligenz zu gelten, muss ein künstliches System flexibel sein. Das heißt, es muss sich immer wieder auf neue Herausforderungen einstellen können. Ob es bereits Systeme gibt, die den Titel Intelligenz verdienen, ist strittig. Das ist Geschmackssache. Viel von dem, was heute als klug, als smart vermarktet wird, betreibt einfach nur Datenverarbeitung. Das heißt, der Belag auf dem kognitiven Standard-Sandwich, von dem wir eben auch schon gehört haben, Input, Verarbeitung, Output, ist dünn und ist fest verdrahtet. Teilautonome Fahrzeuge, die sich mit ihren Sensordaten flexibel in der Welt orientieren, hätten den Titel eines intelligenten Systems vielleicht schon verdient. Für Alan Turing war das einfach nur eine Frage des Sprachgebrauchs. Die ursprüngliche Frage, können Maschinen denken, schrieb er, halte ich für zu belanglos, als dass sie ernsthaft diskutiert werden sollte. Nicht desto weniger glaube ich, dass am Ende unseres Jahrhunderts der Sprachgebrauch und die allgemeine Ansicht sich so stark gewandelt haben werden, dass man widerspruchslos von denkenden Maschinen sprechen kann. Ganz so weit sind wir heute noch nicht. Eigentlich ist aber die Frage, was künstliche Intelligenz genau ist, den meisten Forschern auch ziemlich egal. Denn in den allermeisten Fällen geht es ja darum, konkrete Systeme, konkrete Lösungen für konkrete Probleme zu finden. Ein System für Gesichtserkennung, eine Übersetzungssoftware, einen intelligenten Assistenten. Und wie der Mensch das macht, ist eigentlich egal, Hauptsache es klappt. Anders sieht der Versuch aus, sich künstlicher Systeme zu bedienen, um natürliche besser zu verstehen. Hier ist zum Beispiel Hector, ein Roboter der Universität Bielefeld, mit dem die Forscher zu verstehen versuchen, wie eine Stabheuschrecke, die ja nun mal mangels Masse nicht besonders viel im Kopf hat, es trotzdem fertigbringt, ihre sechs Beine zu koordinieren. Und dann gibt es in letzter Zeit wieder verstärkt das besonders ambitionierte Projekt, eine allgemeine künstliche Intelligenz oder Human Level Intelligence zu schaffen, also ein System, das nicht nur Pizza backen oder Schach spielen kann, sondern beides und vielleicht auch noch viel mehr. Und welches der vielversprechendste Ansatz zu diesem Ziel ist, ist bislang offen. Zentral für die menschliche Intelligenz, haben wir gesagt, ist die Fähigkeit zu lernen, nicht einfach nur auswendig zu lernen, sondern aus dem Erlebten, aus dem Gesehenen etwas mitzunehmen für die Zukunft. Wie Maschinen lernen können, war auch seit Beginn der künstlichen Intelligenzforschung Thema. Alan Turing, der Vater des Turing-Tests und der Turing-Maschine, beschrieb sehr hellsichtig, das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, schon 1950 zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die in der Folge dann auch verfolgt wurden. Auf der einen Seite könnte man damit beginnen, mit besonders abstrakten Tätigkeiten, wie etwa dem Schachspielen, man könnte aber genauso gut mit Robotern beginnen, die man mit Sinnesorganen ausstattet, damit diese lernen können und damit man diese unterrichten kann. Man hat beide Wege erprobt und ist auch noch dran. Mangels Robotertechnologie hat man mit den abstrakten Tätigkeiten begonnen. Die 70er und 80er Jahre gelten als die große Zeit der Expertensysteme. Da ist man wirklich hingegangen, hat sich Experten genommen, Mediziner, Pharmazeuten, Physiker und ein Programmierer hat sich mit denen hingesetzt und hat sich von denen wirklich ihr Wissen erklären lassen, hat die abgefragt und hat dieses Wissen dann dem Computer Satz für Satz und Relation für Relation eingegeben. Dabei sind imposante Datensammlungen entstanden, nur intelligent sind die Systeme dadurch nicht geworden. Man hat nämlich festgestellt, dass es auch noch Wissen gibt, das sich nicht ausbuchstabieren lässt, das prozedurale Wissen oder das Bauchgefühl. Wir können nicht ausbuchstabieren, wie wir es zum Beispiel fertigbringen, das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge zu erkennen. Und da setzen die Lernverfahren an, die einfach den großen Vorteil haben. Es ist ein bisschen wie bei Kindern. Man muss nicht wissen, wie die Kinder das Lernen fertigbringen, man muss ihnen nur dabei helfen. Und genau so ist es mit den künstlichen Lernsystemen auch. Man kann sie an Aufgaben setzen, von denen wir gar nicht wissen, wie wir sie genau lösen. Wenn man ausbuchstabieren wollte, wie man denn nun ganz genau Hunde von Katzen unterscheidet, wäre man, glaube ich, ziemlich lange beschäftigt, wenn es überhaupt möglich wäre. Setzt man ein mustererkennendes System daran, kann es das selber rauspuzzeln. Man muss ihm nur jeweils Rückmeldungen darüber geben, ob es gut war oder nicht. Es gibt nun viele unterschiedliche Lernverfahren. Die meisten werden nie erwähnt. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und man sucht sie natürlich nach dem konkreten Problem aus, das man lösen möchte. Und der aktuelle Hype, das haben wir auch im vorigen Vortrag schon gehört, geht auf die künstlichen neuronalen Netze zurück. Die nicht programmiert, sondern trainiert werden. Und für dieses Training brauchen sie Daten. Große Mengen an Daten, immer wieder frische, neue, aktuelle Daten. Und vor allem müssen es klassifizierte Daten sein. Also Daten, an denen schon dran steht, was eigentlich auf den Daten zu sehen ist. Diese Systeme sind gut darin, Muster in großen Datenmengen zu finden. Auch solche, die Menschen gar nicht wahrnehmen. Aber diese Wundermaschinen, also viele Aufgaben haben sich in der letzten Zeit als Mustererkennungsaufgaben entpuppt. Spracherkennung, Übersetzung, Überwachung von Maschinen. Aber auch diese Wundermaschinen haben ihre Nachteile. Zum einen gibt es nicht in allen Bereichen ausreichend Daten in ausreichender Qualität. Entweder ist es aufwendig und teuer, die Daten zu beschaffen. Oder wie zum Beispiel in der Biomedizin, gibt es die einfach nicht. Und wenn nicht genug Daten da sind, lernt ein System die vorhandenen Daten entweder auswendig und ist dann nicht für Generalisierungen zu gebrauchen. Oder die einzelnen Daten bekommen mehr Gewicht, als ihnen eigentlich zukommen würde. Trainiert man einen Algorithmus, Vögel zu erkennen und zeigt ihm nie flugunfähige Vögel, wird er Pinguine und Strauße nicht zu den Vögeln rechnen. Trainiert man ein System nur mit Daten von Männern, die Managerposten haben und Frauen, die halbtags in der Kinderbetreuung arbeiten, wird das System Männern Managerposten vorschlagen und Frauen die Posten in der Kinderbetreuung. Ganz ohne, dass da ein frauenfeindlicher oder sonst wie gearteter Programmierer im Gange ist. Im schlimmsten Falle so, wie es einer Software der Polizei von Chicago erging, die nach der Analyse der NGO ProPublica Schwarze doppelt so häufig irrtümlich als gefährlich einstuft als Weiße. Es heißt manchmal, Algorithmen hätten Vorurteile. Das stimmt nicht ganz. Algorithmen sind nicht die Arten von Dingen, die Vorurteile haben. Es heißt einfach, sie nehmen die Daten, die sie haben, sortieren die nach Kategorien und auf der Basis dieser Kategorien sortieren sie die Daten, die sie in der Zukunft sortieren sollen. Und zwar ganz egal, ob ihnen dieser Status, den sie den vorhandenen Daten entnommen haben, angemessen, politisch korrekt oder wünschenswert erscheint. Darauf muss der Mensch achten. Kein Mustererkennungssystem ist klug genug, um zu verstehen, dass es Menschen diskriminiert. Wem dies klar ist, der kann die Technik verwenden, um Strukturen zu finden, die uns bislang entgangen sind. Wem das nicht klar ist, der bestätigt im schlimmsten Falle das sogenannte Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben und wer nichts hat, dem wird auch der Rest noch genommen. Ein weiteres Problem, auch das haben wir eben schon kurz gehört, das kann ich vielleicht kürzer fassen, ist, dass es schwierig ist zu verstehen, was diese Systeme eigentlich genau treiben. Damit musste ja schon die US-Armee sehr früh eine dumme Erfahrung machen, in der ein System darauf trainiert wurde, russische Flugzeugtypen zu erkennen. Die Trainingsdaten waren, mit den Trainingsdaten war es immer prima und man hat sich gewundert, wieso das mit neuen Daten nicht funktionierte, bis man darauf gekommen ist, dass dieses System sich gar keine Flugzeuge angeguckt hatte, sondern die einen Bilder mit den Flugzeugen bei sonnigem Himmel und die mit anderen Flugzeugen dann bei bewolgtem Himmel geschossen worden waren. Ähnlicher ging es Forschern vom Berliner Heinrich-Herz-Institut, die ihrem System Pferdebilder zeigten und dann feststellen mussten, dass dieses System gar nicht auf die Pferde guckte, sondern nur die Copyright-Angaben betrachtet hat. Bei Pferdebildern mag das egal sein, wenn man natürlich ein teilautonomes Auto hat, das sich statt an der Straße am grünen Streifen orientiert und dann auf der Brücke nicht mehr weiß, wo es ist, hat man ein Problem. Im Moment gerade auch wegen der Datenschutz-Grundverordnung, die ja darauf dringt, dass sobald Menschen betroffen sind von diesen Entscheidungen, diese Entscheidungen transparent gemacht werden müssen, arbeiten sehr viele Forschergruppen daran, wie solche Blackboxes geöffnet werden können und das ist hier eine Lösung, an der die Berliner Forscher arbeiten, die machen eine Art Wärmebilder, hat mit Wärme nichts zu tun, aber sie lassen diese künstlichen neuronalen Netze sozusagen rückwärts laufen und können dann an der Verteilung der Aktivität entnehmen, wo der Algorithmus eigentlich hinguckt. Man sieht hier zum Beispiel, je wärmer sozusagen, je mehr rot das Bild ist, desto intensiver wird hingeguckt und man sieht hier, dass der Algorithmus sich die Züge gar nicht anguckt, sondern nur auf die Schienen schaut. Da sind gerade sehr viele Forschergruppen dran, zu gucken, wie kann man diese algorithmischen Systeme zurechenbar machen. Es gibt aber noch viel spannendere Lösungen, um das Problem der unzureichenden Daten zu lösen, zum Beispiel das Transferlernen. Eigentlich ist es ja eine ziemlich dumme Angelegenheit, sich für jedes bisschen, was man lernen will, Hunderttausende von Daten angucken zu müssen. Da kann man zum einen Systeme sozusagen wiederverwerten, man kann lernende Systeme auf eine Sache trainieren und es dann für ähnliche Dinge übertragen, indem man einfach nur auf bestimmte Schichten neu lernt und nicht das ganze System neu lernen lässt. Hat ein System also gelernt, Äpfel zu erkennen, ist es relativ leicht auf das Erkennen von Birnen umzulernen, ohne dass man jetzt wieder von vorne anfangen müsste. Wenn man jetzt Roboter hat, stellt sich die Frage noch einmal viel deutlicher. Roboter müssen ja nun mal auch lernen und wenn man da mit maschinellem Lernen rankommt, die analoge Welt läuft nun mal nicht schneller als in Echtzeit. Und wenn man dann einen Roboterarm dransetzt, Bewegungen durch maschinelles Lernen sich zu erarbeiten, wird er einfach viel zu viel Zeit dafür brauchen, selbst wenn man zehn Roboterarme nebeneinander stellt. Dafür gibt es aber andere Lösungen. Man kann diese Roboterarme bei der Hand nehmen, man kann sie führen, man kann sie dazu bringen, jemanden zu beobachten, man kann es in der Simulation trainieren. Alles das sind Ansätze, um dem zu entgehen, dass man so auf diese Mustererkennung festgelegt ist. Wenn man das jetzt noch einmal abschließend vergleicht mit dem Lernen von Menschen, warum schicken wir Kinder in die Schule, damit nicht jeder das Rad für sich selbst erfinden muss? Warum sollte man das jetzt bei künstlichen Systemen nicht tun? Die Programmierer zum Beispiel von der Alpha-Serie, also AlphaGo und AlphaZero, sagen, das schränkt die künstliche Intelligenz ein. Wenn die Menschen mit ihren dummen Strategien, wie sie meinen, dass sie am besten Schach spielen sollten, ankommen, das kann die überlegene Intelligenz dieser Systeme nur einschränken. Das mag für die eingeschränkten Welten einer dieser formalisierten Spiele zutreffen. Sobald es aus diesen Systemen hinausgeht in die Welt, scheint mir das zu puristisch gedacht zu sein. Zumal sich immer deutlicher zeigt, dass es in vielen Feldern mit der bloßen Mustererkennung nicht getan ist. Zum Beispiel im Bereich des deklarativen Wissens, also wirklich des Wissens, das, was die Kinder in der Schule lernen, da sind mustererkennende Systeme nicht zu brauchen. Mit mustererkennenden Systemen kann man vielleicht Autosteuern, aber damit kann man keine Theoreme beweisen. Wirklich klug wird ein intelligentes System vielleicht erst, wenn man beides kombiniert. GoFi, das klassische standardmäßige Programmieren, das abstrakte, logikgebundene Resonieren und das maschinelle Lernen, genau wie bei Menschen eben auch. Das tiefe Lernen alleine wird die Probleme der Welt nicht für uns lösen. Steht uns deshalb ein neuer KI-Winter bevor? Es gibt Leute, die diese Befürchtung haben, dass der ganze Hype, mit dem wir uns derzeit befassen, eine Luftblase ist, die platzt, wenn man mal konkreter an die Anwendungen geht. Andererseits, wie schon gesagt, es haben noch nie so viele Menschen an KI geforscht wie jetzt, sodass der Winter jedenfalls nicht so frostig ausfallen dürfte. Ganz kurz zum Abschluss, wenn diese technischen Probleme denn gelöst sein würden, was bedeutet das für die Gesellschaft? Künstliche Intelligenz muss sicher nicht so intelligent sein wie ein Mensch, um die Welt zu verändern, um gefährlich zu sein. Künstliche Intelligenz geht Hand in Hand mit dem, was wir schon lange als Digitalisierung bezeichnen. Sie zeigt uns Strukturen, die sonst im Durcheinander der Welt verloren blieben. Das kann in der Wissenschaft von sehr großem Nutzen sein. Wenn das natürlich auf die Öffentlichkeit, auf die Gesellschaft, auf Menschen angewendet wird, ist diese Transparenz viel problematischer. Da sind die Manipulationsmöglichkeiten der großen Netzwerke, die Gefahren, sich in Filterblasen einzuschließen, die Möglichkeiten, immer perfektere Fakes zu generieren. Mustererkennung macht, wenn wir nicht aufpassen, auch den Menschen durchsichtig. An dem alten Traum von Maschinen, die uns lästige und ungesunde und langweilige Arbeit abnehmen und uns mit ihrer überragenden Datenverarbeitungsgeschwindigkeit helfen, die Welt besser zu verstehen, waren wir noch nie so nah dran. Wenn diese Technik jetzt nur dafür verwendet wird, Werbung zu optimieren, Menschen zu überwachen, Waffen zu steuern und Fakes zu produzieren, die Ungleichheit verstärken, wäre das schade. Unser Problem scheint mir weniger die künstliche Intelligenz zu sein, als eine durch KI verschärfte Version der Probleme, die wir schon lange haben. Machterhalt, Gewinnmaximierung, Kontrolle und natürlich die Frage, wie man bei all dem denn eine freiere, gerechtere, demokratischere Gesellschaft aufbauen kann. Was uns die Zukunft mit der künstlichen Intelligenz bringen wird, ist schwer zu sagen. Vielleicht sollten wir uns da an Kant halten, der immer schwer über die Wahrsager gelästert hat und sinngemäß geschrieben hat, die Zukunft könne man eigentlich nur voraussagen, wenn man sie selbst im Voraus veranstaltet. Das kann man ja auch als Auftrag nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch kurz Zeit für Zuschauerfragen. Alles beantwortet, das ist schön. Vielen Dank. Was ich mich aber frage, ist, ob es neben diesen statistischen Methoden und den reinen logischen Methoden noch eine dritte Art von Aufgabenstellung gibt, die vielleicht fehlt bei der Beschreibung von Intelligenz oder ob mit Mustererkennung und logischer Reduktion das schon 100% komplett abgearbeitet ist. Also das sind so die beiden großen Felder, die diskutiert werden. Ich denke, Ihre Frage geht in den Bereich der Embodied Cognition, also der verkörperten Kognition. Vielleicht wird ein wirklich intelligentes System einen Körper brauchen, das eine Art Feedback-Schleife realisiert, das also aufgrund der Daten, die es hat, Handlungen plant, diese Handlungen intern bewertet, sie ausführt und dann Rückmeldungen über seine Sinnesorgane bekommt, ob die Handlung die vorhergesehenen Effekte hatte und sich dann korrigieren kann und weiter handeln kann. Sowas könnte man sich als intelligentes System vorstellen. Ob dann noch ein drittes notwendig sein wird zwischen Mustererkennung und GoFi? Ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich habe noch einen dritten Faktor vergessen, die reine Erfahrung einfach. Also ein Mensch nimmt so viele Daten auf im Verlauf von seinem Leben. Also wie gesagt, ich frage mich, ob diese drei Faktoren zusammen in einen Topf geworfen, dreimal nach links gerührt, dann ein Super-KI rauskommt oder ob da noch eine Zutat fehlt. Also gerade bei der KI scheint der Filter, der den großen Topf dann durchsiebt, der Körper zu sein. Also Forscher fragen sich natürlich, wie Kinder es schaffen, eine Giraffe zu sehen und daraufhin das Giraffen wiederzuerkennen. Ein kleines Kind braucht keine 10.000 Giraffen zu sehen. Und eine Antwort auf die Frage, also es ist wirklich, es ist noch nicht raus, und eine Antwort auf die Frage ist, dass der Körper, unser Wahrnehmungssystem, die Informationen vielleicht so vorbereitet, dass die im Gehirn genau so ankommen, dass wir die möglichst gut verarbeiten können. Und dass das vielleicht das ist, was den Mustererkennern fehlt. Bei denen kommt erstmal alles ungefiltert an und die müssen da irgendwie was rauspuzzeln. Und wenn das schon vorgefiltert wäre, auf eine bestimmte Art, die natürlich mit unserer Evolutionsbiologie, mit unserer Nische, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns in unserer Welt, in der wir evolviert sind, orientieren, dass das dann irgendwie besser funktioniert. Aber da wären die Forscher, glaube ich, froh, wenn sie da eine gute Antwort drauf hätten. Eine letzte Frage. Ich habe eigentlich eher eine Antwort noch auf die Frage des jungen Mannes. Das ist gut. Denke ich. Also wenn man unterscheidet zwischen symbolischer und nicht symbolischer künstlicher Intelligenz, so wie das eben auch heute schon gemacht wurde, dann wird man im Bereich der symbolischen KI, könnte man unterscheiden zwischen regelbasierten Systemen, fallbasierten Systemen und modellbasierten Systemen. Also im einen Fall hat man, vielleicht versucht man logische Zusammenhänge durch Regeln zu formulieren. Da hätte man die Logik. Im anderen Fall versucht man, Diagnose beispielsweise zu machen, indem man ein Modell baut. Ich sage mal, die Elektronik in einem Auto, die kann ich modellbasiert, kann ich da Diagnosen drauf machen. Und der dritte Punkt wären die fallbasierten Systeme. Die würde man bei Expertensystemen anwenden, wenn es sich zum Beispiel im juristischen Bereich handelt. Da hätte man ein fallbasiertes System. Ja, gerade die Simulationen und die Modelle sind natürlich da ein spannender Punkt und auch für Wissenschaftstheoretiker so ein bisschen der Punkt, an dem sie sich abarbeiten und sagen, was ist eigentlich eine Simulation, was ist ein Modell eigentlich im Vergleich zur Theorie. Ist eine Modellbildung, ist das eher so etwas wie ein Experiment oder ist das eher wie eine Theorie oder ist das etwas Drittes, was man nochmal extra fassen muss? Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus